Mein Name ist Kervig Schweden und ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt Toxic Man und es ist ein Hummer drauf, weil ich Hummer sehr gerne mag. Und dieses Buch musste ich schreiben, weil es mich sehr beschäftigt hat, weil das in mir drin ist, eine Geschichte, die immer raus musste. Es geht um einen jungen Mann, der Fotograf ist, Familie gründet, das erste Kind mit seiner Frau bekommt und auf dem Weg dahin an sich selber droht, zugrunde zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen eint, weil das der größte Feind, das ist man selber. Und darum geht es unter anderem in diesem Buch, was eigentlich eine große Liebeserklärung an meine Frau ist.